Geht weg Geht weg Geht weg richtig aggresiv Geht weg Junge bitte lass es jetzt ohne Mist Ey Junge jetzt hab ich mich verschwetzt Spass Junge Junge Mach mal Video ich prank a violation machen das ansage ich mich ja was denn da jetzt war kein scherz darf ich das hochladen nein ja kannst du dich mal verpissen bitte du riechst mich richtig auf du riechst mich richtig verpiss ich jetzt ich habe schmerz ich mich, ich riech mich nicht auf, ich hör gleich Mord nein 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 ach mann oh du sag ich lass dir schon, gib mir wieder Rechte Junge dann lass es is ja lass ich bin dr lucky phi du bist so gehindert ne noch aus das ist mein neues grundstück ich möchte es noch schön ein so eine workbench kann hier rein ich kann hier nicht placen ich bin jetzt echt weggenommen ich will mein hauseinricht nein ich hab was nicht oben gemacht aber mein haus ist hier unten hilfe perr perr kommt zurück nein nein ich sterbe was ist das nein du sag nein ich bin ich tot ja ja ah danke ich halte meine familie nein nein du spasti was ich halte meine familie denn ich wollte nur kurz ein bisschen was holen hier ein entflichten holz und so panik bekommen als ob ich jetzt mein scherz ok bei den kisten stehen außerdem woher soll ich bekommen soll ich jetzt zu einem team da gehen und es hat schieten lassen oder was wie du schon redest du und hättest du das alles schon gemacht so alle schon geplant irgendwann wenn er wieder auf den färber kommt dann baue ich die kisten ein ich will dich nicht machen ok weg 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 nein ich will dich nicht machen ich hasse dich du bist so ein arschloch wow warum warum nicht ich lass dich spannen oder werden die aufnahmen nicht gewertet gewertet Videoaufnahmen werden nicht gewertet werden wenn du sie jetzt in der ich kann mich noch eine verabschiedung machen ich kann das nämlich